Hallo und willkommen zu einem Tutorial und heute zeige ich euch, wie ihr Minecraft ohne irgendwelche illegalen und dubiosen Programme spielen könnt. Alles was ihr dazu braucht, ist der offizielle Minecraft-Launcher, wer hätte es gedacht, einen Mojang-Account und Minecraft Forge. Falls ihr Forge noch nicht kennt, das ist das Programm, um Mods in Minecraft einfach installieren zu können. Nachdem ihr euch auf der Minecraft.net-Website einen Account eingerichtet habt, lädt ihr euch den Launcher runter. Entweder die MSI oder eben die EXE, falls die MSI nicht ganz funktioniert, weil die spackt manchmal ein bisschen rum. Habe ich schon Erfahrung damit gemacht. So, nachdem ihr das aber dann installiert habt, startet ihr den Launcher. So, ich mache das immer über Rechtsklick, damit ich Nvidia wirklich sicher benutze. Das spackt nämlich manchmal bei mir ein bisschen rum. So, wir haben ja auch extra für das Tutorial einen Demo-Account eingerichtet, damit ich das wirklich, ähm, Dings, damit ich das auch wirklich real zeigen kann. So, ja gut, ich habe mich nicht vertippt. Dann, ähm, genau könnt ihr es wieder schließen, denn ihr müsst euch nur anmelden, damit ihr es dann später nicht mehr machen müsst. Und danach lädt ihr euch Forge runter. Das ist wichtig, sonst funktioniert das nicht. Am besten die Latest, weil mit der Recommended könnte es sein, dass der Bug da gefixt ist und der Latest das vielleicht wieder den Bug gibt. Lol, was habe ich gerade gesagt. Egal. Ja, die Werbung ignoriert ihr einfach. Könnte nämlich sein, dass das was Dubioses ist. So, die lädt ihr euch dann runter. Perfekt. So, das ist es jetzt. Jetzt könnt ihr eigentlich die ganzen Browser schließen. Dann installiert ihr euch Forge. Das kann ein Weilchen dauern. Das hängt nämlich bei euch an der Internetleistung ab. So, und noch ein bisschen am PC. So, jetzt ist es auch installiert. Dann könnt ihr den Launcher wieder öffnen. Und, ähm, genau. So, es dauert immer ein bisschen. Danke, OBS. So, jetzt geht ihr hier bei Default auf diesen Pfeil nach unten und wählt hier Forge aus. So, dann steht hier Ready to Update and Play, bla bla bla. Dann drückt ihr hier auf Play Demo. Dann lädt sich jetzt komplett Minecraft runter. Währenddessen können wir ja noch ein paar Bots installieren, denn das funktioniert mit dieser Version auch. So, geht ihr in den Punkt Minecraft verordnen. Also, ich habe hier davor Prozent AppData Prozent eingegeben. Hab ich gerade vergessen zu zeigen. Und dann erstellt ihr euch hier so einen Ordner, der nennt sich M-O-D-S-Mods, so wie ich ihn hier auch genannt habe. Und dann könnt ihr hier beispielsweise Optifine reinziehen. Da werde ich euch auch den Daumen und Link in die Beschreibung packen. Und dann eben habe ich hier noch eine andere Mod verwendet. Ja, die ist aber jetzt eigentlich nur zum Zeigen gedacht. Die kenne ich selber nicht. War eben gerade für die 1.8.9 verfügbar. So, dann könnt ihr das wieder schließen. Und während Minecraft es jetzt runterlädt, werde ich ein bisschen abspeeden. So, nach Ellen langen Warten startet jetzt endlich Minecraft wieder. Ja, das hat jetzt wirklich, ja, mindestens eine Minute hat es jetzt auf alle Fälle gedauert, wenn nicht sogar zwei. Ja, es dauert ein bisschen mehr mit OBS aufnehmen, vor allem bei meinen Kack-Prozesse. Und da sind wir jetzt endlich im normalen Minecraft-Menü. Ja, ich lasse es jetzt so klein, weil sonst OBS ein bisschen rumspackt. So, wer die Demo-Version schon mal gespielt hat, also ohne meinen Trick jetzt, wird bestimmt bemerken, dass das Menü komplett anders aussieht. Das ist nämlich das Original-Maincraft-Menü. Ja, irgendwie hat Forge die Minecraft-Version so verändert, dass es nicht mehr checkt, so, ah, du bist ja im Demo-Modus, ne? Ja, irgendwie könnt ihr jetzt Minecraft ganz normal spielen. Aber, davor mal noch sagen, Multiplayer funktioniert nur bedingt. Ihr könnt zwar auf Server joinen, aber nur auf Cracked-Server. Also, die, dieser Trick hat bloß die Berechtigung wie ganz normal, ähm, das, naja, was sagen, heißt jetzt normal, hat eben die Berechtigung wie ein Cracked-Minecraft. Aber, es gibt noch eine Einschränkung und zwar heißt ihr Player. Das kann ich jetzt mal hier im Singleplayer zeigen, während ich einfach eine neue Welt erstelle. So. Also, ihr heißt nämlich Player und das heißt, denn Cracked-Server sind meistens durch so ein Passwortsystem geschützt, ähm, dass wenn einer sich da schon mal ein Passwort erstellt hat, der auch Player heißt, dann seid ihr nämlich am Arsch, weil ihr das Passwort nicht wisst. Und deswegen, oh, ich hasse es, wenn ich im Wasser spawne. Und deswegen, ähm, ja, ist, äh, Multiplayer wirklich sehr kompliziert mit dieser, äh, Version. Hey, das ist eigentlich eine ganz nice Welt. Ach, geil. Natürlich. Eine Insel. Solle Welten hasse ich ja immer. Und genau, äh, natürlich, weil man darauf nur mit Cracked-Servern joinen kann, ähm, funktioniert natürlich, ähm, funktionieren solche Server wie gommehd.net oder Mineplex oder, äh, Playminity mit Jump League nicht. Also, da steht ja immer, äh, Bad Login und so weiter und so fort. Deswegen, wie immer, bei jedem Minecraft-Kostenlos-Spielen-Tutorial, kauft euch Minecraft am besten. Damit hilft ihr nicht nur euch selbst, sondern auch Mojang und alle anderen. So, das kann ich euch mal zeigen. Genau, ihr heißt Player. Oder einfach, ähm, hi, Leute, ich spiele Minecraft kostenlos und ohne Crack. So, genau, also, wie immer, kauft euch Minecraft, damit ist jedem geholfen, euch und Mojang natürlich auch. Und deswegen, ja, ich mag das Video jetzt auch nicht allzu lang halten und deswegen sage ich, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ciao, bis zum nächsten Mal.